Ich finde John Lee Hooker gut. Er ist ein Bluesmann, der so um 1920 herum in Mississippi geboren wurde, genau weiß er das aber nicht. Mit solchen Details war man damals in den 20ern in Mississippi nicht so penibel. Er ist mit zwölf von zu Hause abgehauen, weil er keine Lust hatte auf den Baumwollfeldern zu schuften. Er wollte lieber ein reisender Bluesmann sein. Er musste also nicht in die Schule. Stattdessen hing er mit 13 schon in Kneipen herum und hatte Zugriff auf Alkohol und andere Genussmittel, vor allem aber Vollkontakt zu Frauen mit lockeren Moralvorstellungen. Er und die anderen Bluesmänner zogen ungebunden durchs Land, traten in Clubs auf und sangen immer einen Song darüber, wenn die Dinge mal nicht so gut liefen. Diese Situation kann nur aus der Sicht von knackerigen Oberlehrern negativ bewertet werden. Aus meiner Sicht als 14-Jähriger und leider auch noch aus heutiger Sicht stellt sich das geradezu paradiesisch dar. Ich wollte immer ein Bluesmann sein und wie einst Robert Johnson an den Crossroads stehen. Von den Autoren der Bluesmann-Biografien wird immer verkrampft versucht, dem Leben der Bluesmänner eine Tragik zu geben, die es ganz einfach nicht hat. John Lee Hooker selbst ist nämlich kein bisschen unfroh über seinen Werdegang. Schleimig wird versucht, sein Leben als schwer darzustellen. Aber das will einfach nicht gelingen. Auch nicht mit plumper Manipulation. Er wuchs ohne Fernsehen auf. Ach was! Wer hatte denn bitte in den 20er, 30ern oder 40ern schon Fernsehen? Hä? Niemand! Es war einfach noch nicht erfunden! Und Klugscheißer, die mir jetzt erzählen, dass die Nazis damit schon in den 30ern experimentierten, können mich mal, denn außer ihnen hatte es ja keiner. Und natürlich, sehr bitter, die Ausreißer hatten kein Familienleben. Aber das kann, je nach Familie, ja auch ein Vorteil sein. Meine Frage ist nun folgende. Wie haben die Blues-Typen bei dem ganzen Spaß, den sie hatten, das Blues-Feeling behalten? Teenager, die sich alleine durchschlagen, oh, das klingt hart. Aber die Vorteile werden in diesen manipulativen Biografie-Machwerken natürlich verschwiegen. Keine Schule, keine Prüfungen, keine Hausaufgaben und man kann so lange aufbleiben, wie man will. Vor allem aber, man kann schon als Teenager in Bars herumhängen, Applaus kriegen und Anerkennung und meistens Geld. Das ist Showbiz, Baby. Die Blues-Boys können bis heute zwar weder lesen noch schreiben, weil sie eben in Bars statt in der Schule waren. Wo ist das Problem? Es fehlt ihnen nicht. Sie engagieren einfach jemanden, der es kann. Davon gibt es eh genug. Und dann, in den 30er, 40er Jahren, ein unschätzbarer Vorteil. Kein Wehrdienst. Während überall sonst die Soldaten starben oder verkrüppelt wurden, spielten John Lee Hooker und B.B. King in Bars und konnten machen, was sie wollten. Beide könnten heute nicht glücklicher sein. Sie kaufen sich ständig neue Luxusautos, wissen nicht genau, wie alt sie sind, aber geschätzt doch in etwa so alt wie Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt. Und obwohl der nicht direkt verbittert wirkt, wirken die Blues-Männer doch deutlich glücklicher und lockerer. Denn Schmidt war im Krieg, dann in der Politik. Das heißt, er hat seine Pflicht erfüllt, wie er selber sagt. John Lee Hooker und B.B. King haben Songs über Whisky und schlampige Tussen in Bars gesungen. Wer hatte wohl mehr Spaß? Millionäre sind alle drei. Die Blues-Boys scheinen es aber deutlich mehr zu genießen und werden vor allem nicht dauernd genervt, wenn sie mal eine rauchen wollen. Und es ist so praktisch, immer gleich einen Song draus zu machen, wenn es mal blöd läuft. Okay, es gab in den frühen 60ern noch die böse, böse Apartheid. Das ist natürlich total schlimm. Meine Frage ist folgende. Was ist so toll dran, mit Weißen rumzuhängen? Ich mache das die ganze Zeit und würde es sofort aufgeben, wenn ich ein reisender Blues-Mann sein könnte. Dann würde ich einfach nicht in weiße Lokale gehen. Was verpasse ich da? Und im Bus sitze ich sowieso am liebsten hinten. Außerdem können Weiße ja auch nicht überall hingehen, zum Beispiel nicht nach Johannesburg oder nach Compton in Los Angeles. Und klar haben Weiße viel von der schwarzen Kultur gestohlen, aber Snoop sagt selber, dass er und seine Jungs auch vieles von den Weißen gestohlen haben, vor allem Mercedese und Cadillacs. Also vor die Wahl gestellt, so ein bisschen Rassentrennung, dafür aber ein freies Leben als reisender Blues-Mann oder Schule, Ausbildung, langweiliger Beruf, dafür aber keine Rassentrennung, für mich gibt es da nichts zu überlegen. Und oh, wie schlimm, die Blues-Männer sind manchmal abgezockt worden. Ui, das ist ja was ganz Ungewöhnliches bei Musikern. Musiker jeder Hautfarbe wurden und werden beschissen. Das ist einfach so. Angeblich sind sie ja auch nicht wegen des Geldes Musiker. Sagen sie jedenfalls immer in Interviews. Und die Blues-Typen haben nicht ihre gesamten Royalties für ihre Songs gekriegt. Aber wer hat das schon von Anfang an? Alle Bands wurden beschissen. Die Hoodie Stones. TLC waren nach ihrem Erfolgsalbum bankrott, weil sie der Plattenfirma so viel Geld schuldeten. Musiker werden nun mal abgezockt, das gehört dazu. Und wenn halt auch mal ein paar Analphabeten aus dem Süden dabei waren, dann ist es doch umso erfreulicher, dass die heute, sofern noch am Leben, finanziell ganz prima dastehen. Abgezockt werden ist die eine Sache, aber viel wichtiger. Die haben natürlich auch keinerlei Steuern bezahlt. Die Kohle gab es im Idealfall nämlich immer bar nach dem Gig. Und ihr glaubt doch wohl nicht, dass in den 30er, 40er Jahren irgendeiner von den Typen auch nur einen Cent an die Steuer abgegeben hat. Also hat sich das doch wieder mehr als ausgeglichen mit dem bisschen Abgezocke. Und durch die schlechten Erfahrungen haben einige von den alten Burschen kuriose Geschäftsgeflogenheiten entwickelt, die man nur gut finden kann. Stevie Wonder, der blinde Soulstar, wollte in seiner Anfangszeit ausschließlich ein Dollarscheine als Gage, damit er sie auch korrekt nachzählen konnte. Von Chuck Berry, einem der Architekten des Rock'n'Roll, sind beneidenswerte Vertragsklauseln bekannt. Wenn ihn jemand buchen will, muss er die Hälfte der Gage vorab überweisen. Sonst geht der Meister gar nicht erst aus dem Haus. Wenn das soweit klappt, die Hälfte also vorab bezahlt ist, reist er alleine mit seiner roten Gitarre an. Bevor er auf die Bühne geht, muss die andere Hälfte der Kohle in bar übergeben werden. Sonst fährt Chuck gleich wieder nach Hause. Die Band ist ihm egal. Der Veranstalter muss sie stellen und bezahlen. Sie sollten halt die Chuck Berry Songs kennen. So kam auch Bruce Springsteen in den Genuss vor seinem Durchbruch, als Gitarrist in der Backup-Band von Chuck zu spielen. Er erzählt, dass er damals Chuck gefragt hat, welche Songs sie denn spielen würden, worauf Chuck Berry nur lässig antwortete, nun ich denke, wir werden ein paar Chuck Berry Songs spielen. Es ist den Mississippi Blues Kings alles andere als schlecht gegangen. Besonders wenn man sich anschaut, wie es anderen Leuten während der 30er, 40er Jahre ergangen ist. Krieg, Depression, Hunger. Die Deutschen hatten Hitler, Völkermord und Krieg. Gefolgt von Hunger und Armut. Dann harte Arbeit und Wiederaufbau. Eigentlich müssten ältere Deutsche die größten Blues-Sänger sein. Auf der anderen Seite freireisende Blues-Männer, die als Teenager schon in Bars rumhängen, bisschen Blues spielen, saufen und sich mit Nutten amüsieren. Und nicht in die Schule müssen. Später wurden sie dann alle stinkreich, werden bis heute von allen geliebt und verehrt. Sie besitzen eigene Clubs, Merchandising-Artikel, goldene Schallplatten und bekommen Lizenzausschüttungen ohne Ende. Wer hat jetzt den Blues? Und es ist immer gut, einen Blues-Mann dabei zu haben. Meinen zum Beispiel Zizi Top in ihrem Song I'm Bad, I'm Nationwide. Hier wird eine Szenerie gezeichnet, der ich mich sofort anschließen würde. Es heißt Das ist doch wohl Gaudi pur, mit einer Kosmetikerin am Steuer und einem Blues-Mann auf dem Rücksitz in einem blauen Auto in die Stadt zu fahren, zu scherzen und zu lachen, um dann richtig auszugehen. In der bereits erwähnten weinerlichen Hooker-Bio fehlte natürlich einer seiner coolsten Sprüche. Einer seiner größten Hits ist Boom, 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 Boom. Es ist ein derber Country-Blues, in dem er im Wesentlichen singt Boom, 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 du, 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 hau, 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 hau. Er wurde in einem Interview gefragt, was denn dieses Boom, 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 Boom hieße. Darauf sagte er Naja, so in ungefähr dasselbe wie Wer braucht Schule und solchen Blödsinn wie Lesen und Schreiben, wenn man mit seinen Kumpanen durchs Land reisen kann, in Bars spielen und dafür bar bezahlt wird. Meistens jedenfalls. Und wenn mal nicht, macht man halt wieder einen Song draus, der dann die entgangene Gage mehr als Wett macht. Und inzwischen hat Hooker, das heißt übrigens Nutte, ja auch ziemlich gut gelernt, seinen Namen zu schreiben, auch wenn er mal den einen oder anderen Buchstaben vergisst. Das macht das Autogramm dann aber eher noch wertvoller. Verdammt, ich hätte gerne mit ihm getauscht. Warum ging das bloß nicht? Dafür gibt es zwei entscheidende Gründe. Erstens. Als ich zwölf war, waren wir gerade von der Stadt aus Land gezogen, was mir gut gefiel. Ich konnte bei einem Bauern Pferde reiten und habe ihm dafür bei der Feldarbeit geholfen. Ich will mich hier nicht aus dem Fenster lehnen, aber was ich bisher über die Arbeit auf Baumwollfeldern gesehen habe, sieht so aus. Leute pflücken die Baumwolle von angenehm hochstehenden Büschen ab, ohne sich groß zu bücken. Mag sein, dass da noch mehr zu machen ist, aber das ist das, was mir bekannt ist. Das sieht aus wie ein Kinderspiel gegen das, was ich als Zwölfjähriger gemacht habe. Nämlich Spargel gepflügt. Das ist sehr harte Arbeit, wenn man hinter einem Pferd herläuft und den Pflug gerade halten muss. Oder Kartoffeln gesammelt. Da muss man sich immer bücken und das ist anstrengend und man wird sehr dreckig. Oder im Sommer Heu einfahren. Es ist heiß und es ist staubig und wir haben es mit Gabeln vom Wagen in die Scheune gepackt. Das ist harte Arbeit. Dagegen wirkt das bisschen Baumwollpflücken wie ein Spaziergang bei schönem Wetter. Also wäre ich nicht ausgerissen, weil mich die Feldarbeit nicht so gestört hat, denn ich bin dadurch ziemlich kräftig geworden und konnte mich bei den Arschlöchern revanchieren, die mich immer verhauen haben, als ich neu in der Gegend war. Aber zweitens, und dies ist sicher der wichtigere Grund, warum ich kein reisender Bluesmann geworden bin, als weißer Bluesmann hat man nur eine Chance, akzeptiert zu werden, wenn man saugut Gitarre spielt. Und naja, hört selber. Couch TV